Premium-Qualität für Ihre Füße. Pedag Viva Schuheinlagen. Das anatomische Wellness-Fußbett für jeden Tag. Das Fußbett bestehend aus Längsgewölbestütze, Spreizfußpilote und Fersenpolster unterstützt den Fuß in seinem natürlichen Bewegungsablauf. Das beugt Ermüdungserscheinungen vor und sorgt dafür, dass Ihre Füße gesund bleiben und weniger schmerzen. Durch die Dämpfung erleichtert Pedag Viva langes Gehen und Stehen auf betonharten Böden. Pedag Viva Schuheinlagen stehen für ein anatomisch geformtes Wellness-Fußbett, hochwirksamen Spezial-Aktivkohlefilter gegen Fußschweiß und Fußgeruch, Senk- und Spreizfußstütze und ein extra weiches Fersenpolster. Folgende Pedag Viva Schuheinlagen können wir Ihnen bieten. Pedag Viva Winterschuheinlagen. Das extra warme und komfortable Thermofußbett ist der Clou an kalten Tagen. Pedag Viva Summer. Das genaue Gegenteil. Mit dem Barfuß-Fußbett wie auf Wolken durch den Sommer. Pedag Viva High Schuheinlagen. Das Spezial-Fußbett mit extra hoher Längsgewölbestütze für den hohen Fuß. Pedag Viva Mini Schuheinlagen. Die Pedag Viva Mini ist ein extrem leichtes, dreiviertellanges anatomisches Fußbett für Schuhe mit wenig Platz. Und Pedag Viva Autoschuheinlagen. Das vierfach vitalisierende Aktivfußbett mit rutschsicherer Filzoberfläche für Arbeits- und Wanderschuhe. Pedag Viva Schuheinlagen. Premium Qualität für Ihre Füße.